JNTech GmbH – Ihr Profi für Photovoltaik, Solardächer und Windenergie. Erneuerbare Energien sind bereits heute unverzichtbar für eine sichere, klimafreundliche und langfristig bezahlbare Energieversorgung. Als Spezialist für Photovoltaikanlagen, Solardächer und Windkraftanlagen machen wir auch Ihr Zuhause zukunftssicher. Unsere erfahrenen Experten informieren Sie ausführlich über innovative Möglichkeiten wie Solardachziegel und Mikrowindturbinen. Als Händler für PV-Anlagen in Freistaat unterstützen wir Sie bei allem rund um den Einstieg auf erneuerbare Energien. Neben der Beratung beim Verkauf von erneuerbaren Energien und Photovoltaikanlagen kümmern wir uns auch um die Montage Ihres neuen Solardachs. Von der individuellen Planung und Beschaffung der notwendigen Technik bis hin zur Montage und Wartung der Anlage bieten wir Ihnen zuverlässigen Service. Mit unseren Dienstleistungen stellen wir eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung sicher. JNTech – die nachhaltige Lösung für Ihre Energieversorgung.